Hallo meine Damen und Herren, wir befinden uns gerade nach dem World's Finale, bei dem Samsung Galaxy gewonnen hat gegen SK Telekom. Ja, und ich habe wir gesagt, weil neben mir sitzt Power of Evil. Hallo. Weißt du, was wir heute machen? Nee, ich habe keine Ahnung. Ich habe es dir wirklich nicht gesagt. Nee, du hast mich entführt. Ich weiß nur, dass du das falsche Summoniken hast, aber ansonsten bin ich hier. Ich habe kein Geld für ein Missed Emblem. Hätte ich nur Geld. Wir gehen jetzt in die Queue. Was ist deine Second Role? Articary. Weißt du, was wir machen? Das machen wir. Ich spiele hier und du spielst da. Ich spiele die Maus. Du spielst die Maus, ich spiele die Tasten. Okay. Ich spiele Tandem-Modus. Hast du schon mal gemacht? Nee, noch nie. Noch nie? Noch nie. Geil. Diana. Diana, da brauche ich noch ein Level-7-Ding und dann habe ich die auf Level-7. Also wollen wir die spielen. Ja, rein! Was hast du für ein Wortskill? SK Telekom. Obwohl die heute verloren haben. Du kannst auch einen anderen nehmen. Der sieht cool aus. Den habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Den habe ich noch nie gesehen. Der ist auch neu. Du hast den schon? Famous. Okay, cool. Aber guck mal, ich bin ein halb Power-of-Evil-Club. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist dein Club? Das ist mein Club. Da kommen nur die VIPs rein. Ich werde tatsächlich so oft gefragt, wie man da reinkommt. Ohne Scheiß. Gerade wenn ich streame, wie komme ich in diesen Power-of-Evil-Club rein. Bitte sag Tristan, ich bin cool. So, wirklich. Das kommt mega oft. Das ist insane. Okay, nochmal hier als Beweis. Ich habe hier das Keyboard. Power-of-Evil hat die Maus. Also, wenn du einfach in die Range kommst, drückst du in B und ich hole ihn einmal ins Gesicht. Okay. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich auch bereit. Du musst halt wirklich Kommandos geben. Zack. Sag wahrscheinlich, wenn ich irgendwie einen Pot nehmen soll oder so. Noch nicht. Noch nicht. Mach nimm jetzt ein, nimm jetzt ein, nimm jetzt ein. Das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Ich bin auch total umgerecht. Aber ich weiß ja nicht so, okay, ich muss jederzeit reagieren. Wenn du sagst, jetzt, dann jetzt. Wenn der jetzt rein rein kommt, dann jetzt. Nice. Sie haben es. Sie haben es. Sie haben es. Jetzt, sie wissen wir. Jetzt, sie wissen wir. Jetzt, sie wissen wir. Nein. Oh, 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 shit. Das war richtig gut, das war richtig gut. Okay, wow. Alter, der hat nix mehr am Leben so. Wenn du W-Spiel hast, direkt benutzen. Warte. Nee, nicht benutzen. Jetzt benutzen. Oh. Ich dachte, du guckst an seine Richtung. Wenn du beworden willst oder so, sag Bescheid, ne? Oh, flash, 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 flash. Schild, schild. Oh, oh, oh. Wie gemein. Sorry, das war unfair. Das war der 1-2-2. Ja, da können wir nix machen. Ich hab ja extra noch gesagt, wenn der Warnwait sagt Bescheid, ne? Aber du bist ja Power of Evil. Gestern hab ich rausgefunden, man kann das ausstellen quasi, dass man, wenn man auf die Minimap klickt, dass man da hinmovt. Wusstest du das? Echt? Man kann das ausstellen. Oh, das wusste ich ja zwei schon. Weil es gibt Leute, die so machen und dann mit ihrem Cursor auf die Minimap kommen und dann da hinmoven. Und nicht da hinmoven, wo sie hinmoven wollen. Verstehst du das mal? Ja, versteh ich. Okay, du hast gerade einfach unheimlich zu fallen irgendwie Watt gesehen. Achso, achso. Also ne, ist okay, aber ich hab mich gerade gewundert, wie das funktioniert. Machen wir die Ping-Watt? Oh, 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 ja, oh, ah. Das ist so schwierig. Weil es ist einfach so diese Millisekunden, ne? Wenn ich einen coolen will oder wenn ich... Das ist einfach so hart zu kommunizieren. Cool? Weisbill? Okay, ich... Ja. Was glaubst du es auch? Was hat jetzt wieder dein Tornado? Pussel? Noch einen, noch einen. Noch mal einen in den Rücken, noch mal einen in den Rücken. So, gut, nochmal einen hinterher. Haut ab. Tschüss. Ich bin auch echt... Ich muss echt... Ich versuche mich zu konzentrieren und zu reden gleichzeitig. Das ist schwierig. Oh, da kriegen wir einen Gang von Pussy Ranger. Pussy Ranger? Nachdem der Tornado ausgelaufen ist, sollten wir es versuchen. Also nachdem er geschossen hat, versucht wir es. Jetzt versuchen wir es. Q ihn. Und jetzt... Ah, wir haben es wieder verfehlt. Weisbill? Ich drück die ganze Zeit Q. Du holst mich jetzt? Ah ja, genau. Kriegst du! Q-Spill? Warte, wir haben wir eine Shady. Ah, ich hab kein Mana! Noch 30, noch 20, noch 20. Spam die Scheiße jetzt, ist mir egal. What, what? Oh nein! Oh no! Er kommt weg! What the hell? Oh no! Ich glaub's nicht. Aber er flasht sogar. Er kann uns sogar töten jetzt, glaub ich. Wir laufen jetzt langsam einfach hinterher. Wir benutzen lieber die Ultimate. Wenn wir rankommen, die Ultimate. Perfekt. So muss das sein. Ich hab jetzt einfach bestimmt, dass wir in die Base gehen. Ja du... Oder willst du noch in die Mitte? Ich wollte eigentlich noch in die Mitte. Aber wir gehen jetzt in die Base. Wir gehen jetzt in die Base. Das ist Low-Elo. Ach du hast sogar ne Taste dafür. Fee, wie Shop. Du musst mir mal sagen, wie macht man dieses Shop-Fenster so groß. Das ist nicht dein Ernst! Jetzt ohne Scheiß. Du gehst jetzt in den Shop. Okay. Und du gehst hier in die Ecke mit dem Cursor. Und dann ziehst du das einfach klein. Und du kannst es großziehen. Jetzt... Alter, ich kann Power of Evil 9 noch was beibringen! Holy Shit! Ich bin einfach der Beste! Wow! Wusstest du nicht? Kaufe dir Schuhe! Nee, hatten wir noch nicht. Hey, wir sind schon in der Lane. Ja, okay. Das wusstest du wirklich nicht? Nein, ich wusst es echt nicht. Holy Shit! Alter, du warst bei dem World! Du hast gegen Faker gespielt, die Scheiße! Kuhin? Oh, oh! Oh nein, oh nein, oh nein! Wir haben Flasht! Wir haben Flasht! Okay, Flasht! Sicherheit muss sein! Kuhin nochmal eine Runde. Du hast noch nicht getroffen. Ich hoffe, wir haben den Rhyming getroffen. Hat er verdient. Hat er verdient. Hat er verdient. Aber jetzt können wir... Wir müssen nachwarten, der hat zu viel Damage. Healboot! Healboot! Alter, du kannst also Heal-Stune... Ich glaube... Der chillt, der chillt nicht. Der hält zu viel aus. Der hat außerdem 8-12er-Sex. Das heißt, du darfst eigentlich nicht in einem langen Combat sein. Wissst du? Wir müssen den quasi Bursten. Wir wollen eigentlich quasi... Wir geben ihm eine Combo. Wir haben jetzt so 60%. Und mit der nächsten Combo-Bronche hatten wir dann Bursten. Moving etc. Aha! Okay, wir müssen fahren. All-in, all-in, all-in. Wollte ich mit? Oioioioioioi!!! Geil! Nein! Nicht ihn töten! Schüch! Oh, das ist ein Blitz. Wie? Ingebet. Okay? Oder willst du noch bleiben? Ingebet. Dieses Wort ist einfach so schwierig. Aber du willst halt in dem Moment, wo du es sagst, du willst es halt haben. Also hatten wir quasi so 13 Turniere. Eigentlich schon, oder? Wie gesagt, so 13 Turniere und dann beim Mixen. So was darf man nicht erwähnen, auch im Stream. So was im Stream darf man nicht erwähnen. Ansonsten sagt dann wieder, oh mein Gott, das ist okay. Gut, Ultimate, Ultimate, Ultimate. Seht ihr? Protobail weg, Protobail weg. Ja, Ultimate noch mal. Äh, soll ich gut gehen? Du hast den Ulti an, ne? Ich hab's gehört, aber ich bin natürlich da. Dann geht die Scheiß wirklich? Jetzt du und dann sie eben rein. Und fast. Ja, ich... Also... Ey, Leck! Was ist mit dieser Tastatur los? Der Ping ist gespiked. Der Ping ist gespiked. Ohne Scheiß, der war gerade bei mindestens 22. Oh oh, wir nehmen die Pflanze. Alles gut, ich nehme die selber. Hopp. Ja, wie soll ich die auch nehmen? Ja, für die die Autotacks. Die Autotacks musst du schon selber machen. Kann ich alles für dich machen. Was sind das für Qs? Oh man. Oh no. War GG easy. Ja, danke für die Edo-Punkte. Wollen wir noch mal, oder? Da hab ich voll, da hab ich voll. So, ja, das hat... Das war schnell. Ja. Ja, das war's auch. Ne. Ja, danke. Das hat ja super funktioniert, tatsächlich. Dieses Tandem-Denk. Obwohl wir gar nicht so weit gekommen sind. Ja. Aber ich fand's trotzdem witzig. Schaut gerne mal bei Power of Evil vorbei. Der streamt immer. Der hat jetzt auch einen YouTube-Kanal. Und der will zum Allstars-Event. Ähm, sobald der Link verfügbar ist, werd ich den hier noch mal im Video irgendwie in den Kommentaren verlinken, damit die Leute, die das später gucken, dann auch noch mal voten können. Vote für Power of Evil, abonniert ihn auf YouTube, spendet ihm Geld auf Twitch und, äh, kommt mich besuchen. Tschüss. Untertitel TOASE SELECT poorly, es ist auch eine ganz découversicht, Vielen Dank.